Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute habe ich ein sehr schönes Thema für dich, nämlich sechs Gründe, warum Projekte trotz sorgfältiger Planung zu spät fertig werden. Denn, sind wir doch mal ehrlich, es ist doch irgendwie komisch. Man kann planen, so viel man will und trotzdem klappt das irgendwie alles nicht. Es dauert alles länger als gedacht, es kostet mehr als gedacht und wenn das in deinem Projekt jetzt nicht der Fall ist, toll, die Realität sieht aber leider meist so aus, dass die wenigsten Projekte pünktlich fertig werden und zu allem Überfluss eben auch noch mehr kosten. Aber jetzt kann man sich ja schon mal fragen, woran liegt denn das? Ist das jetzt einfach die Natur von Projekten? Sind komplexe Vorhaben einfach von vornherein? Also haben die es an sich, dass sie einfach länger dauern als geplant? Oder ist die Planung ganz einfach zu schlecht? Oder nutzen wir alle den falschen Projektmanagement-Ansatz? Also ist nur noch agil die Lösung? Also was ist es? Ja, es gibt absolut Versuche, diese Phänomene, alles dauert länger und kostet mehr, zu erklären. Und wenn man sich das mal näher anschaut, dann stellt man fest, da könnte wirklich was dran sein. Und in dieser Episode schauen wir mal genauer auf diese sechs Ursachen, warum Projekte trotz sorgfältiger Planung immer wieder länger dauern. So, Punkt 1. Arbeitsaufwände für Arbeitspakete werden geschätzt und als Wahrheit angenommen. Wie läuft es denn normalerweise in der Praxis? Das Projekt, das wird in Teilaufgaben und Arbeitspakete untergliedert und dann jeweils der Aufwand für die einzelnen Arbeitspakete geschätzt. Dann werden diese Einzelschätzungen in den Projektplan aufgenommen. Und das Ganze wird aufsummiert und es ergibt sich ein Gesamtaufwand. Doch sind diese Aufwände wirklich wahr? Wie genau sind die Schätzungen? Also es hängt ja sehr viel davon ab, ob das Ganze wirklich stimmt. Wenn du jetzt bei einem Arbeitspaket mal ein bisschen viel geschätzt hast, beim anderen zu wenig, gleicht sich das aus. Wenn jetzt aber alle viel zu optimistisch geschätzt wurden, ja, dann ist natürlich schon klar, warum das Ganze am Ende länger dauern wird. Es gibt einige Schätzmethoden, die dabei helfen, Schätzungen genauer zu machen. Trotzdem müssen wir mal der Wahrheit ins Auge sehen. Wir Menschen sind nicht sonderlich gut drin, komplexe Dinge zu schätzen, die weit in der Zukunft liegen. Wenn wir jetzt das 63. Fertigteilhaus bauen, was immer gleich abläuft, dann mag das ein bisschen anders sein. Aber gerade in Projekten, die sehr viele Unsicherheiten haben, dann ist es oft einfach, ich will nicht sagen unmöglich, aber nahe dran, eine wirklich präzise Schätzung für irgendwas vorzunehmen, wo vielleicht physikalisch noch gar nicht wirklich sicher ist, ob etwas funktionieren kann. Aber wenn natürlich solche Wagenschätzungen als Wahrheit angenommen werden, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass ein Projekt am Ende auch mal länger dauert, denn ja, wir wussten es einfach auch nicht besser. So, zweiter Grund, warum Projekte immer länger dauern. Mitarbeiter wollen ja zuverlässige Schätzungen abgeben. So, niemand will mit seinen Schätzungen daneben liegen. Was also wird getan? Es wird ein Puffer und eine Sicherheitsreserve in die Schätzung eingebaut. So, und je sicherer die Schätzung, desto höher ist die eingeplante Reserve und das ist ja auch irgendwie menschlich. So, das führt ja in erster Linie erstmal dazu, dass das Projekt länger dauert, als es eigentlich müsste. Wenn wir den Puffer einfach nicht hätten, dann würden wir vielleicht auch von vornherein viel kürzer planen. Jetzt können wir uns aber vorstellen, wir haben diesen Puffer und trotzdem dauert das Projekt länger. Das ist komisch. Wir haben einen separaten Artikel über Parkinsons Gesetz und da habe ich auch schon eine Podcast Folge dazu gesprochen. Ich verlinke nochmal darauf in den Shownotes, wo sehr schön erklärt wird, warum es dann am Ende doch trotz des Puffers immer nochmal länger dauert. Und das ist jetzt auch schon dieser dritte Punkt, das Parkinson'sche Gesetz. Schnellere Bearbeitung wird dann am Ende noch nicht mal kommuniziert. So, stell dir vor, es wurde jetzt zu hoch geschätzt. Das ist ja grundsätzlich gar nicht verkehrt, es können ja trotzdem Arbeitspakete schneller fertig werden und das Projekt insgesamt verkürzt werden, oder? Theoretisch ja, praktisch aber nein. Denn für Projekte gilt eben das Parkinson'sche Gesetz des Bürokratiewachstums. Das sagt aus. Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. So, was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter sagt, dass er für die Fertigstellung nur die Hälfte der Zeit benötigt hat? Werden dann seine Schätzungen später ernst genommen? Vermutlich eher nicht. Bei der nächsten Aufgabe wird dann vermutlich seine Zeit, die er schätzt, einfach mal mächtig runtergeschraubt, nach dem Motto, hey, der schätzt doch immer viel zu pessimistisch, das können wir sicherlich noch ein bisschen zusammenstraffen. So, was macht also der Mitarbeiter, bewusst oder unbewusst? Er benötigt für die Erledigung einer Aufgabe so viel Zeit, wie vorher geplant, obwohl er hätte schneller sein können. Diese Verzögerung kann auch noch einen weiteren Grund haben. Das ist der vierte Grund, warum Projekte immer länger dauern. Das Studentensyndrom. Warten bis zum letzten Moment. Wenn du viel Zeit für eine Aufgabe hast, wann beginnst du dann? Vielleicht gehörst du ja zu denen, die die Aufgabe sofort erledigen, um noch Sicherheitsreserven nach hinten zu haben. Das ist die eine Gruppe, die andere Gruppe und das ist oft die verbreitetere. Die leiden an Aufschieberitis. Du wartest nämlich dann mit dem Beginn bis zum allerletzten Moment. Ja, und was passiert dann? Der fünfte Grund, warum Projekte immer zu spät fertig werden. Murphys Law schlägt zu. Alles geht schief. Ja, Murphys Gesetze, die können schon frustrierend sein. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Das wäre ja an sich nicht so schlimm. Schließlich wurden ja Sicherheitsreserven Puffer eingeplant. Dumm nur, wenn die dann durch das Studentensyndrom durch einen zu späten Beginn schon aufgebraucht worden sind. Das Ergebnis, wenn jetzt danach im letzten Moment alles schief geht, dann verzögert sich das Arbeitspaket, was dann auch fast immer Auswirkungen auf die folgenden Arbeitspakete hat. Ja, und schon haben wir den Salat. So, und jetzt haben wir noch einen sechsten Punkt, warum Projekte immer zu spät fertig werden. Einsparungen werden nicht weitergegeben. Gehen wir nochmal den Schritt zurück. Mal angenommen, ein Mitarbeiter hat ein Arbeitspaket tatsächlich schneller bearbeitet und das sogar kommuniziert. Er leidet nicht unter dem Studentensyndrom, Murphys Law hat nicht zugeschlagen und er folgt auch nicht dem Parkinson'schen Gesetz. Beginnen dann die folgenden Arbeitspakete früher? Nämlich nicht unbedingt. Denn selbst wenn alles vorher gut gelaufen ist, gibt es oft Ressourcenengpässe, Freigaben oder Informationen fehlen oder irgendwelche Priorisierungen sind auch einfach unklar. Das Projekt ist oft schlichtweg nicht darauf vorbereitet, dass Dinge schneller fertig werden. Ja, und dann haben wir schon wieder das Parkinson'sche Gesetz, die Arbeit, die dehnt sich einfach so weit aus, wie Zeit zur Verfügung steht. So, fassen wir nochmal zusammen. Das war jetzt eine ganze Menge. Jede Aufgabe enthält grundsätzlich Unsicherheiten bei der Schätzung und das ist auch völlig natürlich und menschlich. Das wird sich auch nie völlig ausschließen lassen. So, um sich also abzusichern, werden die Aufgaben oder die Aufwände typischerweise zu hoch geschätzt. Also es werden Pufferzeiten eingebaut. Dann werden in vielen Fällen durchaus Arbeitspakete mal früher fertig, weil der Sicherheitspuffer nicht genutzt wurde. Wenn der Puffer allerdings nicht verwendet wird für andere Dinge, dann ist er verschwendet. Denn es bedeutet ja nicht automatisch, dass die folgenden Arbeitspakete früher beginnen können. Das heißt, Arbeitspuffer oder eingesparte Zeiten, die werden oft nicht weitergegeben. Verzögerungen, die es gibt, allerdings in jedem Fall. Das Projekt wird dann automatisch später fertig. So, klingt schlüssig. Jetzt klingt das allerdings auch alles so, als könnte man nicht so richtig viel dagegen tun. Und das ist das Blöde. Aber so ist es ja dann doch nicht. Es gibt sicherlich keine super einfache Lösung. Sonst würden ja Projekte eben nicht immer zu spät fertig werden. Aber einen möglichen Ansatz bietet die Methode des Critical-Chain-Projektmanagements. Bei dem werden Pufferzeiten nicht für das einzelne Arbeitspaket, sondern für das Gesamtprojekt optimiert. Ich packe nochmal einen Link in den Shownotes, da kannst du an dieser Stelle nochmal weiterlesen. Ja, jetzt weißt du, warum Projekte trotz sorgfältiger Planung zu spät fertig werden. Wie so oft ist es durchaus der Faktor Mensch, der da viel mit reinspielt. Wir wollen uns absichern, wir wollen wirklich eine gute Arbeit leisten, fangen aber manchmal zu spät an und dann schlagen auch noch Murphys Gesetze zu. So ist zusammengefasst schlichtweg Projektmanagement. Es lässt sich nicht alles im letzten Detail planen. Und wir müssen einfach darauf vorbereitet sein, dass Dinge schief gehen können. Und wir sollten uns bewusst sein, dass wir aber mit einer bestimmten Arbeitsweise, mit guter Kommunikation durchaus Dinge optimieren können. Wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, das klingt alles richtig gut und ich möchte eigentlich viel besser in der Lage sein, genau mir dieser Mechanismen bewusst zu sein und ich möchte gern viel mehr wissen, dann lege ich dir wärmstens unsere Projektmanagement-Ausbildung bei unserer Ausbildungsplattform ans Herz von der ITTP. Dort lernst du wirklich die absoluten Basics im Projektmanagement, du lernst aber auch die Praxis und du kannst dich sogar auf eine offizielle Zertifizierung nach IPMA-GPM Level D vorbereiten. Ich packe dir den Link in die Shownotes, schau mal rein, vielleicht sehen wir uns ja dort auf der Ausbildungsplattform wieder. Ja, und ansonsten hoffe ich, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ich wieder ein tolles Thema für dich raussuche. Und ja, bis dahin, viel Spaß bei deinen Projekten. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible and of course 100% of Deutsch. Vielen Dank.